So, hier bin ich wieder. Im nächsten Level. Wo sind wir hier denn jetzt angekommen? Hm. Eishapfen. Und hier glutet schon mal. Das ist schon mal gut. So. Oh ne, schon wieder Kälte. Dam, 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 dam. Dam, dam, scheiße, wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Zurück, 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 zurück. Was ist da, Postkarte? Äh, egal. So, äh, ja. Das war schon mal ein toller Anfang. Geh mal raus. Oh, zurück, zurück. Oh, so heiß war es echt noch nie. Heißen gibt's, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Oh, schön, dass es hier so warm ist. Ich glaube, hier will ich immer bleiben. Für den Rest, das Let's Place. So. Ich glaube, die Wärme müsste reichen. Dam, 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 dam. Da müsste man doch hyperventilieren, wenn man da ständig durch Wärme und Kälte latschen müsste, oder? So. So. Super. Gut, dann ist sie aktiviert. Und? Nichts. Okay. Ah, doch. Nur ein bisschen Licht. Na gut. Da hat jemand seine Stiefel hier gelassen. Wah! Habt ihr den Hund gerade gesehen? Das sehe ich schon. Ich will hier gar nicht draus. Ich glaube, ich bleibe hier noch ein wenig drin. Wo ist der Hund? Er ist verschwunden. Habe ich mir den vielleicht eingebildet? Da kommt man, glaube ich, hier, oder? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich renne hier durch. Ist mir egal, ob ich hier weitergehe. Ich muss hier weiter. Ja. Okay, hier geht's nicht weiter. Da hoch. Ich muss da hochklettern. Schnell, bevor ich ein Eisglock bin. Scheiße, hier geht's nicht weiter. Ah, hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Oh, oh, oh. 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 Oh mein Gott. Okay. Was ist das? Ah! Oh nein! 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 Gib mir deinen Schlüssel! Oder? Ist das eine Schlüssel? Sieht aus wie ein Schlüssel. Bunt. Egal. Vision. Egal. Egal. Eisbergsteuerbord voraus. Ruh' den Arm des Heckkrans ein. Scheiße. Äh. Hallo? Ich muss hier durch. Vom Kandero durch. Ich will hier auch durch. Ruh' den Arm des Heckkrans ein. Ja, ja. Bin gerade dabei. Ah, da ist ein Heli. Scheiße. Weggeschnaufen habe ich gerade gedrückt. Den Selbstmordknopf. Okay, das war richtig. Und was hat das jetzt ausge... Löst? Ah, eine Waffe. Cool. Cool. Magazin. Verdammt. Wir haben schon volles Magazin. Cool. Ich glaube, wir müssen öfters mit der Waffe umspielen. Denn wir haben da nicht allzu wenig Magazin verloren. Wir haben da sogar noch jedes einzelne Magazin in diese Waffe drin. Jeder einzelne Schuss und jedes Magazin ist hier in dem Spiel sehr wichtig. Ein weiser Spruch. Oh Mann, ist drehen meine Eltern die Musik auf. Hoffentlich hört sie den Netzen. Sie ist nämlich ziemlich scheiße. Naja, egal. Ich nehme mir jetzt eh nur noch fünf Minuten auf. Was ist das? Was ist das? Was macht der? Was macht der? Ja. Ja. Ah. Nein. Was du kannst gar nicht aufwarte. Verdammt. Na toll. Okay, hier hatten wir gerade Waffenschwierigkeiten. Das lag wahrscheinlich an der Waffe. Boah, ich glaube, ich mache jetzt Schluss. Und erspare euch die Musik zu hören. Falls ihr die hört, tut es mir leid. Das ist die Schuld meiner Eltern. Das ist so eine scheiß Musik. Okay, ich mache jetzt Schluss. Speichel hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, beziehungsweise gleich wieder. Bis an, Servus. So, wir kommen zurück bei Cryos Dases. Nachdem wir im letzten Part gnadenlos gefällt haben, was die Aufnahme angeht, ich sage noch meine Eltern, geht es wieder weiter. Und zwar lauft das Let's Plays mit einem Headset statt dem üblichen Mikrofon. Wenn es wissen wollte, den Grund dann... Ah! Dann schaut euch das Pokémon Team Rocket Let's Play an. Da erkläre ich euch das. Warum? Nein! Gegen dich haben wir doch schon mal verloren, oder? Boah! Warum so aggressiv? Ruhig bleiben! Danke für die Emulsion. So, jetzt brauchen wir was zum Wärmen, sonst werden wir verrecken. MMM. Hm. Licht. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Okay. Boah, der war jetzt Hardcore. Also zum Killen meine ich. So, was haben wir denn da? Noch ein bisschen Moni. Moni, Moni, Moni. Erstmal noch alle Waffen nachladen, bevor wir da uns weiter in die Hölle reintrauen. Alles nachladen. So, dann die noch. Okay. Okay. Die müssen wir nicht nachladen. Die ist schon nachgeladen. Okay, so passt's. Dann geht's jetzt weiter. Zack. Lesam öffne dich. Und? Eisszapfen. Das ist immer alle Türen so schnell zugehen. Was denn da? Okay, hier können wir nichts aktivieren. Wir müssen anscheinend diesen Typen verfolgen. Oje, oje. Gruselig mit diesen Eissapfen da an der Decke. Das erhöht die... Äh, Angst noch mehr. Ah! Du verdammter! Geh weg! Ich muss hier weiterkommen. Ich hab keine Zeit für dich. Du hast nicht nur meine Waffe. Ich schäm dich. So. Also, beim ersten Mal hab ich das ja ohne Headset gespielt. Und da fand ich's nicht so gruselig. Aus dem Grund, weil mit Headset. Ähm. Was spannender ist, zum zocken. Besonders ein Haar-Shooter wie den da. Oh Gott. Ich kann's kaum erwarten. Aber nächstes Mal zuletzt. Plane. Ah. Okay. Wo kommt's da alles Licht her? Ein rotes Licht. Äh. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Achso, jetzt sind wir in die Kuh. Muuu. Oh. Ein Kopf kürzer, was? Muuu muu. Muuu muu. Muuu. 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 Boah, so geht man noch nicht mit Tieren um. Das ist eher los. Nein, ich will nicht. Nein. 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 Wie kommen wir da jetzt weg? Ah. Die Abend-Kuh-Kühe. Die tun mir echt leid. Nee, ernsthaft jetzt. Oh, da wurde eine von der Kuh erschlagen. Haha. Geschickt ihr recht, so was mit den Kühen hier anzustellen. Bastard. Das ist eher los. Muuu. Ja, ist ja gut. Blöde Kuh. Was sind denn überhaupt Kühe hier in dem Schiff? Das verstehe ich überhaupt nicht. Hä? Achso, okay. Vielleicht hat der versucht, die Kühe zu retten. Oder keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall. Definit... Hm. Was ist das? Aha. Okay, da werden sie freigelassen. Ja. Lauf der Kühe. Rennst. Geht in die Freiheit. Und jetzt, ja? Geht nicht. Scheiße. So. Was sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ah. Was ist das? Ahaha. Scheiße. Ah. 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 Der hat manieren. Keine manieren. Will ich damit sorgen. Okay. Von der zu... Der... Mausrad nach oben. Wenn da die Munition der ist, meine ich. Ah. So. Mausrad nach oben. Und? Äh. Haha. Das war... Besser als vorhin. Viel besser. Das war eine 500%ige... Zeigerung. Hilfe. Hä? Cheat. Der hat durch die Wand gerade geschaut. Habt ihr das gesehen? Ah. Ah. Wo ist hier? Licht. Hier ist es zwar warm, aber wir können uns nicht wärmen, wenn die Lampe zu hoch ist. Oder? Aber ich bin einfach hier nicht. Äh. Oh. Safe. So. Speichern. Das Level heißt... Moment... ... BESTIEN! Hallo? Da kommt der Convill und Swärmen hab ich mir gerade gedacht. Aber dem war nicht so. Leider. Geh weg! Geh weg, du Stück Scheiß! Deine Mutter ist schwul! Oh ne, ich dachte gerade, da konnten wir uns wärmen. Aber dann kam dieser Spast. Ich seh nichts, ich seh nichts, warte. Nein! Gut, dass wir gespeichert haben. Drücke die Maus, um das Spiel vollzusetzen. Wir müssen uns da doch irgendwo wärmen können. Oder nicht. Wir könnten hier auch einfach warten. Aber dafür habe ich keine Zeit. Wir müssen aus diesem Schiff entkommen. Was frisst er überhaupt? Da hat doch bestimmt jetzt Hunger oder Durst. Ne, der muss ja auch was essen und trinken. Und scheiße und ähm, ja. Na gut, hier ist es noch wärmer. Ist es da drin? Gut, dann warten wir jetzt ein wenig. Na? Was macht ihr denn heute so? Hm? Ich muss hier einen Scheiß-Lots-Play aufnehmen. Voll scheiße! Äh. Ja. Tür zu. Ich glaube, das müsste reichen. Von der Wärme her. Hallöchen! Geh weg! Du störst hier bloß! Okay. Jetzt eine andere Waffe. Und zwar die hier. Was? Die ist nicht nachgeladen. Da war wohl schlampig hier. Oh, die wollte ich gar nicht. Na gut. So, Eier grubschen. Und hier wärmen.